Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Es ist schon angesprochen worden, ich darf über eine Organisation sprechen, die ja von sich behauptet, für Frauenrechte auf die Straße zu gehen. Und jetzt könnte man sich denken, das ist ja an sich was sehr Tolles und ich würde sagen, wir schauen uns einfach die nächsten 15 bis 20 Minuten an, was denn das für eine Freiheit ist, für die diese Leute auf die Straßen gehen und welche Frauen sich da wirklich freuen dürfen. Ich kann schon vorwegnehmen, es ist eher ein eingeschränkter Zirkel. Wer ist die identitäre Bewegung? Ich werde in Folge wahrscheinlich öfter von IB sprechen, weil mir der Titel sonst zu lang ist. Ist, anders als der Name, suggeriert jetzt keine Bewegung, große Bewegung von unten, irgendetwas, was mit Masse zu tun hat, sondern tatsächlich ein sehr elitäres Projekt, das seine Wurzeln in Frankreich 2012 hatte. Also in Deutschland und Österreich sind das jeweils eingetragene Vereine, werden als rechtsextrem eingestuft, vom Verfassungsschutz beobachtet und wenn man den Zeitungsberichten folgt, gibt es da durchaus einen regen Austausch mit Parlamentsparteien. Das ist in Österreich die Freiheitliche Partei und in Deutschland die AfD. Vielleicht da ein kurzer Hinweis, recht unlängst. Ich glaube, es ist der Hans-Thomas Thielschneider, der sich gerade in den Reihen der Identitären bei Referaten um die nächsten Kandidaten und Kandidatinnen für Lokalwahlen umsieht. Also da gibt es einen regen Austausch. Frauenrechte im Aufbruch ist das Thema heute. Wie kann man das für die IB so beschreiben? Was kann das bedeuten? Denn gestern fand ich das ganz spannend, die Frau Ates hat, als sie über sich und ihr Wirken erzählt hat, auch gemeint, als sie angefangen hat für Selbstbestimmung, für Frauenrechte zu kämpfen, ging sie nie darum, gegen den Islam oder gegen Muslime aufzutreten, sondern das war immer ein Kampf gegen das Patriarchat. Und das ist, finde ich, ein ganz guter Sprung, denn bei der IB ist genau umgekehrt. Also hier ist nicht der Kampf gegen das Patriarchat das Thema, sondern eher der Kampf gegen den Islam. Was werden wir uns heute anschauen? Ich versuche das kurz zu wechseln. Es ist tatsächlich die textreichste Folie von allen, also nur als Beruhigung. Ich werde kurz nur erklären, was überhaupt die IB für Frauen attraktiv machen kann, was die Männer- und Frauenbilder sind, die da hochgehalten werden. Ich werde jetzt nicht näher auf diese drei Säulen, das ist in dem Fall Antifeminismus, Rassismus, völkisches Denken, nicht so sehr eingehen. Das sind eher so die Eckpunkte, an denen sich diese Geschlechterbilder dann orientieren. Wenn es da Interesse gibt, da kann man gerne danach noch darüber diskutieren. Ich werde dann zwei, ich nenne es jetzt mal, Projekte vorstellen, die aus den Reihen der IB kommen. Das ist einerseits eine kurz, kleine, nicht so stark merkbare Kampagne. 120 Dezibel und einen Block. Und dann auf die Frage eingehen, wie nützen eigentlich Frauen der IB? Also wir haben heute schon kurz über das Thema Frauenquote gesprochen, in verschiedenen Zusammenhängen. In dem Fall könnte man fast sagen, es gibt auch so etwas wie die nicht-feministische Variante einer Frauenquote. Das heißt, wir schauen uns kurz an, was ist so der Nutzen von Mädchen und Frauen in den Reihen der IB? Und zuletzt so ein Versuch eines Fazits und Ausblicks, was nützt die IB oder was nützt das Projekt, das die IB vorantreiben will, denn eigentlich den Frauen, die in ihrer Logik alles richtig machen, also sprich die femininen Frauen in den eigenen Reihen. So, schauen wir uns das mal näher an. Ich habe versucht, das, was ich zu sagen, jetzt nicht zu sehr in den Text runterzufassen, sondern eher ein bisschen Anschauungsmaterial mitzubringen. Das heißt, es obliegt Ihnen, Sie müssen mich nicht die ganze Zeit anschauen, wenn ich spreche. Sie können gerne ein bisschen die Bilder genießen, die da oben sind. Was ist motivierend für Frauen zur IB zu gehen? Für deutsche Frauen, für österreichische Frauen. Zunächst sind dieselben Motive, wie sie auch bei den männlichen Kameraden in der IB sind. Also die Frauen in der identitären Bewegung teilen die gleichen Gesellschaftsdiagnosen wie ihre männlichen Kameraden. In ihrer Ansicht ist die Gesellschaft, in der wir leben, in einem Zusammenbruch begriffen. Es gibt also ein ganz zentrales Krisenmoment. Und diese Krise ist in deren Deutung ja auch eine demografische Krise. Und das klingt jetzt noch ein bisschen wissenschaftlich. In ihrer Auslegung ist das so, dass, das können wir aus populistischen Parteien genauso, es zu viele Menschen gibt, die sie als fremd definieren, zu wenige Menschen, die sie als zum eigenen Volk gehörend definieren, in Deutschland und Österreich vorhanden sind. Das wird also beklagt. Es ist also ein demografisches Krisenmoment ausschlaggebend, dass diese Frauen auch motiviert, sich da zu engagieren im weitesten Sinn. Das ist das Ziel, auch wenn das nicht natürlich so eins zu eins steht. Das muss man sich zusammendeuten aus Texten und Videos. Das Ziel ist etwas, das man als homogene Volksgemeinschaft bezeichnen kann, wobei es natürlich immer praktisch ist, wenn Parteien wie auch Organisationen natürlich diejenigen sind, die definieren dürfen, wer denn zum eigenen Volk gehört und wer nicht. Also dieser Kampf nach Homogenität ist da hier sehr stark. Und was die Frauen in der EP auch eins mit ihren männlichen Kameraden ist, dass sie gegen die gleichen Feind, Feindinnengruppen auf die Straßen gehen. Die werden wir uns gleich noch näher ansehen. Denn im Versuch, diese Frauen- und Männerbilder etwas abzuleiten, ist es ja immer ein bisschen hilfreich, sich auch anzuschauen, wogegen Gruppen so eintreten. Das ist dann manchmal ein bisschen klarer definiert als das, wofür sie genau eintreten. Also werden wir uns das so ableiten. Und was sie eint, ist, dass sie sehr, sehr enge Geschlechterrollen, man könnte schon sagen, Geschlechterkorsette einfordern und das entsprechend vertreten. Und da, und das wird dann später auch in diesem Blog, den ich kurz zeigen, mal spannend, da geht es dann auch darum, so ein bisschen semantische Umdeutungen zu versuchen vorzunehmen. Das heißt, zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie ein möglichst enges Korsett von dem vorstellen, wie ein Mädchen zu sein hat, wie eine Frau zu sein hat, ist jetzt nicht so attraktiv. Das heißt, um das Ganze besser zu gestalten, versucht man dann eher so Begriffe wie Gleichgestelltheit, Begriffe wie Emanzipation, Begriffe wie Freiheit umzudeuten, damit das in die eigene Logik reinpasst. Aber das schauen wir uns dann gleich an. Und ansonsten eint die Frauen in der B auch mit ihren Männern die Zustimmung zu den gewählten Mitteln, mit denen diese Interessensdurchsetzung und die Agitation gegen Feinde und Feindinnen vonstatten geht. Und das möchte ich auch gar nicht jetzt hier unter den Tisch fallen lassen. Wenn es um die sogenannte identitäre Bewegung geht, dann geht es auch um eine Organisation, die gewaltaffin agiert. Also nach jeder einzelnen Aufmarsch, den es bisher gab, auch durchaus letztes Jahr in Berlin, gab es Formen von Übergriffe auf Gegendemonstrantinnen. Also es gibt auch online durchaus gute Listen, die das nachbereiten von Angriffen mit Teleskopschlagstöcken in Österreich oder gefundene Quarzhandschuhe in Halle. Also es ist eine durchaus gewaltaffine Organisation, auch wenn sie das selbst gern unter den Tisch fallen lässt. Und hier werden dann auch die Frauen in den eigenen Reihen wieder interessant, weil wenn man die strategisch gut positioniert, möglichst in die erste Reihe, dann wirkt das Ganze alles andere als gewaltaffin. Gut, wie ist das jetzt mit diesen Feindbildern? Ich habe ja gemeint, dass es leichter manchmal sich anzuschauen, wie so Geschlechterrollen ausschauen können, wenn man sich anschaut, wogegen man eigentlich auf die Straße geht. Ich habe das jetzt hier sehr vereinfacht natürlich nur dargestellt. Also diese Liste ist jetzt keine Liste, die die IB für ihre Homepage hat. Aber ich finde, ich kann es so ganz gut zusammenfassen. Wer sind denn diejenigen, die für die IB zum Problem werden? Es ist zum einen so gut wie jeder, der oder die als fremd definiert werden kann. Das können Geflüchtete sein, das können Migrantinnen im Allgemeinen sein, das können Musliminnen sein. Also all jene, die so Teil des Problems dieser vermeintlich demografischen Krise sind. Und da wird es dann auch spannend, wenn man sich überlegt, na gut, was bedeutet das für die Wahrnehmung von Frauen? Es ist nämlich insgesamt eine doppelte Schuld, die da jetzt kommt. Zum einen sind das Problem ja die Frauen, die sie als fremd definieren. Denn die sind fertil und Fertilität ist in der Ansicht der Identitären, wie bei anderen Rechtsextremen auch, nahezu ein Kriegsmittel. Das heißt, wenn Frauen, die als fremd definiert werden, viele Kinder kriegen, ist das ja quasi ein Angriff auf die eigene Bevölkerung, auf die eigene Volksgemeinschaft. Also das ist das eine. Und zum anderen, was ist dann mit den eigenen Frauen? Was machen die? Die haben auch Schuld, denn die kriegen zu wenig Kinder. Das heißt, ich habe heute kurz in der Diskussion in der Mittagspause schon gemeint, das ist oft so, wie man es als Frau macht, das ist ja fast falsch. Das heißt, die eigenen Frauen haben auch ein Problem, die kriegen zu wenig Kinder. Das ist diese Krise der Demografie. Und deswegen leiten sich diese zwei Zuschreibungen bei Frauen schon mal ab. Also die eigenen Frauen schuld zu wenig Kinder, fremde Frauen schuld wegen zu vielen Kindern. Wie ist es dann bei anderen Gruppen? Eine zweite Gruppe, die man dann manchmal unter den Tisch fallen lässt, auch wenn es inhaltlich so relevant ist, sind alle, die sie als links und liberal definieren. Also ich mag jetzt gar nicht hier die Diskussion eröffnen, was alles als links zu zählen wäre. Ich lasse das einfach so mal da stehen, weil das ein Agitationsbegriff auch der EP ist. Link und Liberale sind ein Problem, weil die sind schuld am Werteverfall in der Gesellschaft. Die nächste Krise, Dekadenz, Werteverfall, Universalismus, Gleichheit, Säkularität, also alles, was schlecht ist. Und auch da ist es nochmal spannend, sich da runterzuschauen, was das für die Frauen bedeutet. Denn es gibt Videos dazu, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das wäre ein bisschen ein verschwendeter Lebenszeit, sich die näher anzuschauen. Auch da haben Frauen schuld. Linke Frauen, liberale Frauen, die wählen falsch. Die sind schuld am Werteverfall der Gesellschaft. Die wählen grün, sie wählen sozialdemokratisch, sie wählen, ich weiß nicht, was es hier sonst so gibt, liberale Parteien und dergleichen. Das heißt, die entscheiden sich bewusst, da geht es jetzt nicht um Fertilitätsfragen, sondern die entscheiden sich mit ihren politischen Handlungen bewusst gegen die Volksinteressen. Deswegen sind auch sie Feindbilder. Und man könnte fast sagen, das ist so wie so eine moderne Form einer Dolchstoßlegende. Also es sind quasi die Frauen in der eigenen Bevölkerung, die wieder Volksinteressen handeln in dieser Logik. Das heißt auch hier eine Form von Schuld. Und die dritte Gruppe, es ist fast schon langweilig, das auch noch extra herauszuführen, sind natürlich all jene, die sich als feministisch bezeichnen lassen. Das Problem, dass die IB und auch die Frauen in der IB, ich muss das kurz ein bisschen erhöhen hier, mit dem Feminismus haben, ist, dass der Feminismus den weiblichen Körper einfach komplett falsch politisiert. Natürlich. Also das Problem ist ja nicht das Patriarchat oder irgendetwas, denn so eine Analyse von struktureller Ungleichheit und Diskriminierung passt mit der Vorstellung einer sehr harmonischen Nation und einer starken Volksgemeinschaft irgendwie nicht zusammen, weil Patriarchat ist irgendwie nicht so harmonisch. Das heißt, das ist schon mal ein Fehler. Und eben dieser weibliche Körper, der komplett falsch in ihrer Ansicht nach politisiert wird. Bei Feminismus geht es darum, dass jede individuelle Frau über ihren Körper selbst entscheiden kann, was sie damit zu tun hat. Das passt mit einer rechtsextremen Analyse nicht zusammen. Denn da ist der Frauenkörper einer ganz höheren Aufgabe gewidmet, der ist immer einer Nation, immer einem nationalen Interesse untergeordnet. Und deswegen kann Feminismus nicht mit einer rechtsextremen Ideologie vereinbar sein. Das ist auch der Grund, warum sich die Frauen in der IB niemals natürlich als Feministinnen bezeichnen, sondern immer als Frauenrechtlerinnen, weil sonst eckt man zu sehr an diesem Begriff an. Und ohne jetzt einer Diskussion nachher vielleicht vorwegzugreifen, aber wenn wir uns an die Vormittagsdiskussion erinnern, vielleicht diese, zumindest die zweite und die dritte Gruppe hier kurz nochmal durch den Kopf gehen lassen, wenn es jetzt um eine konservative Auslegung oder sagen wir, wenn es um Anhängerinnen eines politischen Islam geht, auch da werden wir hier ideologische Überschneidungen finden. Denn auch so etwas wie liberale Muslime sind für Anhängerinnen eines politischen Islams ein Problem. Gerade auch liberale Frauen, die vielleicht nicht den Islam so auslegen, wie sie es gern hätten, da sind auch Feministinnen ein Riesenproblem. Das heißt, hier ist man sich in manchen Analysen recht einig, was die Feindgruppen anbelangt. Aber dazu können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr sprechen, wenn gewünscht, sonst natürlich nicht. Was machen jetzt die Frauen in der IB? Die sind sich jetzt also einig mit ihren Kameraden, dass unter anderem diese Gruppen zu einem Problem zählen, das bekämpfenswert ist. Gegen diese Feindbilder, gegen diese Gruppen gehen die Frauen in der IB auf die Straße. Und das perfide ist ja, in ihrer Logik kämpfen sie ja gegen Unterdrückung. Es ist nur eine andere Unterdrückung, wie wir sie wahrscheinlich hier wahrnehmen würden. Denn in ihrer Logik gehen sie gegen eine Unterdrückung von Eliten, Unterdrückung von Liberalen, die Unterdrückung von Feministinnen auf die Straße. Also dieser allumfassende, dieser Kettengriff des Feminismus ist da schon ein Angstbild. Und ihr Ziel ist ja auch irgendwie Emanzipation. Es ist nur auch eine andere Form von Emanzipation, als wir sie deuten würden. Und ich versuche das mal so zusammenzufassen. Man kann sagen, die Frauen der IB befreien sich jetzt nicht vom Patriarchat, sondern sie befreien sich von einer liberalen Gesellschaft. Das ist ihr Problembild einer Gesellschaft. Das ist die Gesellschaft, die sie bekämpfen wollen. Es ist also gewissermaßen eine Emanzipation von der Emanzipation. Das ist ein bisschen kompliziert jetzt. Das geht einher mit einem Freiheitsbegriff, der eben auch ein anderer ist, als viele hierhin wahrscheinlich vertreten würden. Denn in der Logik der IB, der Frauen in der IB, wie auch anderer Rechtsextremer, ist eine Frau dann frei, wenn sie endlich wieder feminin sein darf. Freiheit für eine Frau ist endlich wieder zurück zu natürlicher Bestimmtheit, zurück zur Natur. Das ist das, was die einfachste Form der Identität ist, wo ganz viel Selbstbejahrung da ist, wo es keine Widersprüche gibt. Das ist der Freiheitsbegriff, der hier hochgehalten wird. Und deswegen ist es perfid und auch ein bisschen problematisch, wenn man Aktionen der IB-Frauen verfolgt, wenn die auch kommentiert werden von Kolleginnen, die im Journalismus tätig sind. Und wenn da dann so Überschriften sind wie die rechten Feministinnen und oh nein, ist das nicht total verkehrt, jetzt nehmen die uns den Feminismus weg oder so. Das ist nicht der Fall. Es geht bei der Agitation von Frauen in der IB nie um Feminismus. Es geht nie um allumfassende Freiheitsrechte. Es geht immer um einen ganz anderen Begriff von Freiheit, der sehr, sehr einschränkend ist und wo es sehr um vermeintliche Natürlichkeit geht. Das vorweggenommen. So, hier jetzt noch kurz runterdekliniert, auch da vorweggenommen, es ist keine Liste auf einer IB-Homepage und es sind keine wörtlichen Zitate. Ich habe nur versucht, ein bisschen runterzubrechen, wie man sich diese Rollenzuschreibungen jeweils vorstellen kann. Es ist nämlich so, ich bin ja gebeten worden, über das Frauenbild mehr oder weniger zu sprechen, das die IB vor sich herträgt und es ist ja so ein bisschen schwierig, weil es nicht das eine Frauenbild gibt, genauso wenig wie das eine Männerbild, sondern strategischerweise, da sind sie sich mit anderen Rechtsextremen ja im Einklang, spaltet die IB und spalten auch die IB-Frauen in Männer- und Frauengruppen rein. Und zwar nicht, weil sie jetzt eine differenzierte Gesellschaftsanalyse machen möchten, sondern weil sie ganz klar unterscheiden möchten, wer zu den Guten und wer zu den Bösen gehört, damit immer ganz klar ist, gegen wen es legitim ist, auf die Straße zu gehen und wen man ihn beschützen muss. Und ich habe das jetzt ein bisschen plakativ hier aufgeschrieben und wenn man sich jetzt überlegen möchte, naja, woran entscheidet sich selbst, wer gut und wer schlecht ist, es ist eine recht verlässliche Vorgehensweise, wenn man das an der Kategorie Fremdheit unter Anführungszeichen markiert. Also Fremdsein ist die Spaltungslinie, an der sich entscheidet, wo genau wer hingehört. Da gibt es zum Beispiel die guten Männer. Das sind natürlich Angehörige der eigenen Bevölkerung, das sind die Verteidiger des Abendlandes, das sind die Kameraden, die Gefährten, das sind die braven Patrioten oder welchen Namen sie sich auch immer geben möchten. Das sind also die, von denen keine Gefahr ausgeht, die die Frauen schützen möchten und die man hochhält. Und auf der anderen Seite, ich muss das vielleicht ein bisschen mitbebildern, auf der anderen Seite stehen die bösen Männer. Jetzt muss man sich schauen, was bleibt von den guten Männern so an Eigenschaften übrig, die man möglichst auf die anderen projizieren kann. Bei den bösen Männern, das sind natürlich alle migrantischen Männer, die stehen unter Generalverdacht. Da ist kein Platz für differenzierte Analysen, da ist kein Platz für Statistiken oder dergleichen. Die stehen unter Generalverdacht. Und so gut wie jeder Übergriff, jeder sexuelle Übergriff, kann dann in der Logik ja auch nur bei diesen Männern vonstatten gehen. Und deswegen werden sie verdammt. Ich brauche immer zweimal. Wer sind gute Frauen, wer sind böse Frauen in dieser Analyse? Die guten Frauen, das sind die Frauen, die sich auch natürlich als patriotisch definieren, die feminin sind, die sich dafür entscheiden, unter Anführungszeichen für den Volkserhalt irgendwie aufzutreten, die auch die demografische Krise, die sie diagnostizieren, lösen durch Geburten. Also es ist eine recht einfache Rechnung. Also es ist die Lebensaufgabe von Frauen, das ist recht einfach runterzubrechen. Und das sind interessanterweise ja auch die Frauen, die die richtigen Männer beschuldigen, wenn es um Übergriffe geht. Also ich habe das hier auch versucht zu unterteilen, später in richtige und falsche Opfer. Also gute Frauen sind auch die, die wissen, wenn sie Männer für ihr Verhalten kritisieren, dass sie eh die richtigen Männer kritisieren, nicht die falschen, nicht die eigenen, nicht die Angesehenen in den eigenen Reihen. Und wer sind die bösen Frauen? Die hatten wir schon, das sind natürlich die Feministinnen, das sind die antirassistischen Aktivistinnen, das sind also all diejenigen, die so Verräterinnen an den Interessen der Volksgemeinschaft sind, unter Anführungszeichen. Anführungszeichen. Und fremde Frauen, das hatten wir zu Beginn auch schon. Und vielleicht noch zu dieser Unterkategorie. Ich greife vielleicht dieses Beispiel, oder dieses Thema sexuelle Übergriffe rauf, weil es einem dieses hoch emotionalisierte Thema ist, das sehr präsent diskutiert wird. Und ich weiß schon, es ist so ein bisschen tricky, wenn sich rechtsextreme Akteurinnen hinstellen und dann gegen sexuelle Übergriffe auftreten, da irgendwelche Plakate halten und man dann versucht ist zu denken, ach, vielleicht haben die ja doch irgendwie recht. Man muss sich vor Augen halten, dass das keine mit allen Frauen solidarischen Aktionen sind. Denn die IB, wie viele rechtspopulistische Parteien oder auch andere rechtsextreme Gruppen, machen eine klare Trennung, wer die richtigen und wer die falschen Opfer sind. Wer die Opfer sind oder die Betroffenen sind, denen man glaubt und denen man nicht glaubt. Die richtigen Opfer, das sind die Frauen, die dann auch in den Kampagnen der IB unterkommen, das sind die, die die richtigen Täter beschuldigen und zwar nur die vermeintlich fremden Täter, also die nur sich darauf konzentrieren. Und falsche Opfer, nicht richtige Opfer, das sind die Frauen, man könnte sagen, so gut wie alle, die sich jemals unter MeToo zu Wort gemeldet haben. Also das wird, da wird alles in Zweifel gestellt. Wenn der Täter vielleicht ein weißer Mann ist, ein angesehener Mann ist, dann wird schon mal in Zweifel gestellt, ob sich jetzt nur wer vielleicht nur wichtig machen möchte. Das heißt, die IB spaltet sehr bewusst rein zwischen diese zwei Opfergruppen. Das heißt, wir haben es nicht mit einer solidarischen Gruppierung zu tun. Ich habe auch mir Texte angeschaut, wo eben Journalistinnen und andere versuchen, es irgendwie zu fassen, wenn die IB mit Kampagnen gegen sexuelle Übergriffe agitiert, ob das eben so ein, nicht das jetzt ein Widerspruch ist, dass das die richtigen Feministinnen wären. Die Sache ist, es ist gar nicht so ein Widerspruch. Denn die Erzählung, die die IB anbietet, ist eine hochstringente. Also es wird alles dieser Erzählung untergeordnet, dass das Böse nur fremdbehaftet sein kann und das Gute nur das eigene ist. Also deswegen, das kann man sich vergegenwärtigen, das ist eigentlich durchgehend der Fall und deswegen ist es kein Widerspruch genau. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen klein, ich hoffe, man kann es lesen. Das ist jetzt eine oder die Kampagne aus diesem Jahr, die so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen hat, zumindest dann, wenn man so ein bisschen freaky unterwegs ist, wie ich und andere und sich seitenregelmäßig ansieht. Es ist quasi sowas wie die versuchte Gegenkampagne zu MeToo, nur natürlich wahnsinnig klein, wo unter dem Hashtag oder dem Header 120dB gegen sexuelle Übergriffe mobilisiert worden ist. 120dB steht in dieser Frage für 120 Dezibel, also die Lautstärke eines handelsüblichen Taschenalarms. Ist auch ganz dringend, weil das ist die Utensilie, die die Identitären in den letzten zwei Jahren auch einfach so an Frauen auf der Straße ausgeteilt hat. Also das ist in der Erzählung einfach drinnen. Und wenn wir uns dieses Transparent jetzt näher ansehen, was steht da drauf? Die Stimme der vergessenen Frauen. Das ist eine Kampagne, die im Großen und Ganzen auf zwei Behauptungen basiert. Die erste Behauptung ist, das sehen wir nachher noch bei einem anderen Sujet, die sexuelle Gewalt ist nur die Gewalt von fremden Männern. Das ist die erste Behauptung. Also alle anderen Täterschaften werden ausgeklammert und das, obwohl man weiß, dass sexuelle Übergriffe statistisch gesehen in einem ganz anderen Rahmen häufig stattfinden. Das sind oft die eigenen Partner, es ist oft in einem sozialen Nahraum, es ist im familiären Umfeld. Also ohne die anderen Übergriffe wegleugnen zu wollen, ist es so, dass es eher die Identitären sind, die Realitäten verzehren, weil sie all diese anderen Übergriffe komplett ausklammern. Die sind nicht Teil dieser Kampagne. Und die zweite Behauptung, die Opfer von solchen Übergriffen werden unsichtbar gemacht. Das ist jetzt nicht so deutlich, aber das ist fast auch schon so Teil so einer kleinen Verschwörung. Das sind Opfer, die zum Schweigen gebracht werden, Opfer, die bewusst nicht genannt werden, die man nicht sehen möchte. Und sie sind jetzt die Widerständigen, die das aufs Tableau bringen. Also das sind die zwei Behaupten. Und das ist eben keine feministische Kampagne, weil die IB und auch diese Kampagne sich nicht insgesamt gegen aggressive Männlichkeit zur Wehr stellt oder aggressive Männlichkeit oder Patriarchat kritisiert, sondern sie bekämpft nur Fremdheit und was damit ihrer Ansicht nach einhergeht. Und das ist eben auch keine feministische Kampagne, weil sie nicht solidarisch mit allen potenziell Betroffenen ist, sondern nur mit denen, die ins Bild passen. Ein anderes Beispiel für Frauenbilder, die hochgehalten werden. Es gibt seit letztem Jahr, ich hoffe, ich mache jetzt nicht mehr Werbung für diesen Blog als gewünscht, aber ich finde es trotzdem irgendwie sinnig, das einmal gesehen zu haben, gibt es einen offenen antifeministischen Blog, der wird von zwei Studentinnen betrieben. Und ich würde sagen, das große Ziel, das dieser Blog hat, ist der Begriff Emanzipation umdeuten. Also das schließe ich jetzt mal aus den Dingen, die ich dort gelesen habe. Also Emanzipation umdeuten als Ziel, sich sozusagen vor den Ketten des Feminismus zu befreien. Weil die eigentliche Freiheit, da kann man sich ein bisschen den Namen anschauen, eigentliche Freiheit für Frauen bedeutet Femininität. Also feminin zu sein ist das eigentliche Freiheitsgefühl, das Frauen haben, denn heutzutage ist es ja verpönt, Mutter zu sein, man kann gar nicht mehr Feminin sein, man kann gar nicht mehr Hausfrau sein, es ist alles nur verpönt, wird unmöglich gemacht. Und das zu leben ist jetzt die eigentliche Freiheit, die den Frauen hier verkauft wird. Und Gleichberechtigung, ebenfalls ein Begriff, der umgedeutet wird, ist, wenn alle Frauen endlich ihre natürlichen Bedürfnisse ausleben dürfen. Das ist ein bisschen eine rhetorische Taktik. Manchmal kommen ja auch Rechtsextreme drauf, dass sie mit den Begriffen, mit denen sie ursprünglich hantiert haben, nicht mehr so weit kommen, dann braucht man irgendwie andere Begriffe. Ein Kollege, der Christian Weisgerber, der ist Kulturwissenschaftler, nennt es dann immer Label-Marketing, also entweder andere Begriffe suchen oder in dem Fall, wie wir es hier sehen, so ein bisschen ein semantisches Verwirrspiel betreiben. Also dann eben Begriffe nehmen, die an sich positiv konnotiert sind, aber die Bedeutung etwas umdrehen. Ansonsten, was findet man auf dem Blog? Erwartungsgemäß Tipps zu Haushalt, Küche, Nähen. Und ich glaube, zwei Texte darüber, dass Abtreibung etwas sehr Schlechtes ist. Noch ist nicht viel online, aber das liest man da. Und es gibt auch einen Facebook-Auftritt. Man muss den jetzt nicht aufrufen und liken. Ich habe mir jetzt ein Zischee davon rausgenommen. Denn diese Frage, wie hat sich eine Frau zu kleiden, ist jetzt nicht etwas, das wir jetzt nur in religiösen Zusammenhängen diskutieren können, sondern da haben auch IB-Frauen Ansichten darüber. Jetzt wird da jetzt nicht genau gefordert, über irgendwelche Verbote nachzudenken, aber es gibt Analysen oder zumindest, es gibt, sagen wir mal, Zuschreibungen, was als gewünscht betrachtet wird und was nicht. Wir finden dort zum Beispiel so eine Fotokollage. Das sind so ein kurzer Rock zu sehen und ein T-Shirt, wo Feminist draufsteht. Und ich habe jetzt nicht die ganze Diskussion, die auf diesem Posting folgt, abgebildet, aber im Großen und Ganzen geht es um etwas, das man als Slut-Shaming und Victim-Blaming bezeichnen könnte. Das heißt, auch für die femininen Frauen der IB ist es kritisierenswert natürlich, dass wenn eine Frau zu einem kurzen Rock trägt oder dergleichen, dann ist sie ja selbst schuld, wenn es zu Übergriffen kommt und dergleichen. Also diese Diskussionen finden sich darunter. Also nochmal ein Zeichen dafür, sie sind nicht mit allen Frauen solidarisch. Das ist keine feministische Gruppierung. Dann ganz kurz noch zu dieser Frage, was nützen eigentlich die aktiven Frauen der sogenannten Identitärenbewegung? Was hat diese Gruppierung davon, wenn Frauen bei denen aktiv sind? Der erste Nutzen ist, die Frauen in den eigenen Reihen legitimieren den Rassismus der IB. Also die Frauen mit ihrem Körper sind unmittelbar diejenigen, die diese Rolle der potenziell von Gewaltbetroffenen einnehmen können. Das heißt, sie sprechen als potenzielle Opfergruppe und sind damit unmittelbar selbst die Projektionsflächen für Bedrohungserzählungen. Das heißt, es gibt diesen rassistischen Erzählungen auch mal eine ganz andere Form von Authentizität. Vielleicht eine kleine Randnotiz. Diese Burka-Verkleidungen gab es auch schon vor mittlerweile drei Jahren. Damals gab es noch weniger Frauen bei der IB und da mussten immer die Männer selber die Burkas anziehen, damit sie Reaktionen umsetzen konnten. Wir nützen Frauen der IB noch, sie legitimieren die sogenannte Wehrhaftigkeit der IB. Die IB ist ja ganz stolz darauf, dass sie Kampfsport-Trainings macht, dass sie sich auf irgendwelchen Sommeruniversitäten gegenseitig verprügeln und das auf Video aufnehmen, sich also für den Straßenkampf rüsten. Bei den Frauen ist das dann unter dem Label Selbstverteidigung. Das sind nicht die ersten Frauen, die auf die Idee kommen, sich Selbstverteidigungskurse anzuschauen und das zu lernen. Der Unterschied hier ist, dass das bei den IB-Frauen noch mal speziell gedeutet werden kann, nach außen hin als Notwehr. Das heißt, wir denken dann bei diesen Frauen vielleicht nicht daran, naja, das sind rechtsextreme Frauen, die versuchen, die Gesellschaft autoritärer, unfreier, illiberal und dergleichen zu machen. Nein, das sind nicht Täterinnen, das sind potenzielle Opfer, die sich jetzt wehren. Das heißt, hier findet auch so eine Umdeutung statt. So ein bisschen eine Opfer-Täter-Umkehr. Ja, es gibt dafür auch einen eigenen Namen, eine Strategie, die heißt Retorsion. Das ist, wenn sich Angehörige der Mehrheitsgesellschaft, die privilegiert sind, als potenziell Minderheit darstellen, damit das, was sie tun, als widerständig gilt. Und so kann man sehr schnell auch rassistische Taktiken thematisieren. So, ich bin gleich fertig. Ansonsten legitimieren sie, das haben wir jetzt mit diesem Blog zum Beispiel schon gesehen, den Antifeminismus, den die IB ohnehin für sich herträgt. Da wirken die Frauen, die aktiv sind, selbst als quasi Entlastungszeuginnen, die das große Wir des Feminismus zu Fall bringen, weil das große Wir-Frauen als Kollektiv ja vermeintlich nicht mehr funktioniert. Also das ist noch ein Nutzen. Und ansonsten dienen sie der Ästhetisierung und Sexualisierung von vermeintlichem Widerstand. Die IB ist eine Organisation, die, muss man neidvoll zugeben, recht professionell PR-Arbeit macht und die weiß, dass Bilder für die öffentliche Wahrnehmung und auch politische Einordnung zentral sein können, sagt ein Vertreter von denen auch oft im Interview, das Bild ist das Wichtigste, die Schlagzeile realer als die Aktion. Das heißt, man weiß, dass die Bilder, die man produziert, breitenwirksam sind und beeinflussen, wie wir von einer Organisation denken. Was heißt das in der Praxis? Die Frauen, die in der IB organisiert sind, werden in die ersten Reihen geholt, wenn es um Aufmarscher geht. Das wirkt dann irgendwie bunter, netter, weniger gewalttätig. Da käme man gar nicht auf die Idee, dass das irgendwie eine gefährliche Gruppe ist. Und die ganzen zwei Meter großen, tätowierten Glatzen sind dann eher so zehn Reihen weiter hinten. Die sind dann auf keinen Fall mehr auf der Titelseite zu sehen. Dementsprechend ist das praktisch. Ansonsten gibt es auch noch die etwas platteren Varianten, die man aus der Werbeindustrie kennt. Also Sex Cells ist durchaus eine für die IB wohl legitime Strategie für den Verkauf der eigenen Ideologie. Um das jetzt wieder zum Boden runterzuholen, die erste Frage, die zu beantworten gilt, Was gewinnen denn die femininen Frauen im Ende? Ich kann es vorwegnehmen, es ist nicht so viel. Was die IB und andere völkische Ideologien versprechen, ist, wenn diese ominöse, homogene Volksgemeinschaft mal da ist, dann gibt es Sicherheit, Selbstbejahrung und Aufwertung für alle. Das klingt jetzt mal vielleicht ganz super für viele. Aber diese Volksgemeinschaft, damit die funktioniert, ist ja die Voraussetzung da, dass Frauen eine bestimmte Rolle einnehmen und vor allem eine feminine Identität, eine feminine Rolle einnehmen, unter dem Motto der Natürlichkeit. Das geht dann her mit Zuschreibungen von Frauen sind die emotionaleren Wesen, sind eher für Mutterschaft geeignet, für Fürsorge, den ganzen Ballerwatsch. Das kennen Sie eh. Und das ist bis zu einem gewissen Grad durchaus wertgeschätzt. Also man sagt ja auch, das ist schön, wenn Frauen diese Rolle erfüllen und das machen, denn dann nutzen sie dem eigenen Volk am meisten. Allerdings, und da wird es dann kritisch, und ich bin mir nicht sicher, ob alle Frauen, die bei der IB sind, sich dessen auch bewusst sind, diese Wertschätzung ist eben nur in eine Richtung. Denn diese Wertschätzung ist dann weg, wenn es um eine andere Sphäre geht, nämlich nicht mehr die private Sphäre, sondern die breite öffentliche politische Sphäre, wo man dann so vermeintliche Benefits wie Emotionalität, Fürsorge, Empfindsamkeit nicht mehr so gut brauchen kann. Es gibt durchaus Autoren, ich mache jetzt ganz kurz noch Name-Dropping, Jack Donovan aus den USA, Daniel Frieberg aus Schweden, aber auch Ellen Kositzer, die dann diese Femininität durchaus so auslegen, dass man sich denken könnte, okay, was passiert danach, wenn dieses Ziel erreicht ist. Da wird diese Emotionalität zum Problem. Sie wird zum Problem, weil diese Frauen, die ja empfindsamer sind, die schneller Mitleid haben, die sich eher auf den privaten Bereich konzentrieren sollen, dann nicht mehr so die verlässlichen Kameradinnen und Partnerinnen sind, wenn es dann wieder um so Migrationsfragen geht. Also Ellen Kositzer schreibt in einem Buch, ich sollte vielleicht dazu sagen, wer das ist, wer es nicht kennt, Ellen Kositzer ist selbst Autorin, die für die Sezession schreibt, im Institut für Staatspolitik, glaube ich, auch ist, und eben auch diverse antifeministische Bücher schreibt. Das ist eine der zentralen Figuren in der neuen Rechten in Deutschland. Und die schreibt eben, ich gestehe Frauen mehr Emotionalität, mehr Weichheit, ja auch größere Beeinflussbarkeit zu. Frauen werden zu Kippfiguren in puncto Einwanderung. Das heißt, sie möchte eigentlich die Frauen, so tut sie so, in Schutz nehmen. Also sie möchte verstehen, warum jetzt Frauen irgendwie antirassistisch aktiv sind. Das liegt daran, dass sie viel mehr Mitleid haben. Aber genau diese Weichheit wird dann von anderen als Problem irgendwann ausgelegt. Und das ist eine reale Debatte, die in der politischen Rechten stattfindet, ob dann, inwieweit man die Frauen dann noch in der öffentlichen Sphäre eigentlich behalten darf. Weil wenn die anfälliger sind für Mitleid oder Weichheit, dann sind das nicht diejenigen, mit denen man gemeinsam die Grenzen groß verteidigen kann. Das heißt, Weiblichkeit ist ja auch Schwäche ab dem Moment, wo es um die öffentliche Sphäre geht. Was heißt das also für die Frauen in der EP? Ich würde das mal so zusammenfassen. Es mag schon sein, dass in ihrer Logik jetzt sie das Gefühl haben, dass sie für mehr Emanzipation oder dergleichen auf die Straße gehen, in ihrer Ansicht nach. Aber es wirkt, wenn man sich Autoren wie Donovan, Friberg und Co. ansieht, tut es auch so, dass die Grenzzäune, die sie quasi miterrichten wollen, um sich nach außen hin abzuschirmen, schlussendlich auch dazu genutzt werden, um sie innen festzuhalten. Also es ist mehr oder weniger fast ein Käfig, den sie sich da selber mitbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich dessen bewusst sind. Das heißt, schlussendlich ist diese feminine Frau, die jetzt hochgehalten wird innerhalb der Szene, langfristig gesehen schon auch eine Bedrohung des völkischen Projekts, weil sie nicht die richtigen Skills, die richtigen Eigenschaften mitnimmt. Und ansonsten bin ich an sich am Ende. Ich würde nur einen Punkt noch machen, weil das heute Vormittag in der Debatte war. Man kann durchaus Parallelen sowohl ideologisch als auch strategisch zwischen der extremen Rechten als auch mit ausengestellten des politischen Islams sehen. Volker Weiß ist heute als Name schon mal gefallen, der Historiker. Ich habe mal mit ihm über sein Buch gesprochen, Autoritäre Revolte, und ihn so gefragt, wie sieht er das so mit der Frage, eint diese beiden Lager mehr, sie trennt. Und er hat das dann recht gut so formuliert, beides sind zwei Packen desselben Hinterteils. Also so viel zur Frage, wie viel Einigkeit da ist. Was eint diese Lager? Nämlich beide Lager vertreten sehr, sehr enge Geschlechterrollen. Bei beiden Lagern steht das Kollektiv, ob das jetzt die Nation ist, die Religionsgemeinschaft oder sonst was, steht das Kollektiv über dem Individuum. In beiden Spektren geht es um autoritäre Gesellschaften, die hergestellt werden sollen. Und, und das ist jetzt auch mein finaler Punkt, in beiden Gruppen geht es auch um Separation. Und ich fand das sehr spannend, was Frau Dr. Manea heute gesagt hat, als sie von der Forderung nach Rechtspluralismus gesprochen hat. Ich weiß, sie ist nicht mehr da. Und bei diesem Begriff Pluralismus bin ich dann wieder hellhörig geworden. Also das war ja diese Forderung von Anhängen des politischen Islams nach eigenen Rechtsvorschriften, damit man irgendwie für die eigene Community eigenes Recht hat. Und mit diesem Begriff Pluralismus zu spielen, ist nicht sehr neu. Also diese Vorstellung, man nimmt diesen Begriff, der positiv konnotiert ist, findet man auch bei der extremen Rechten. Dort nennt sich das ganze Ethnopluralismus. Klingt auch irgendwie vermeintlich nett und harmlos und vielleicht sogar wissenschaftlich. Aber was diese beiden Lager eint, ist diese Vorstellung, dass Separation etwas Wünschenswertes ist. Die Erzählung, die sie uns geben, ist, wenn wir möglichst alles separat halten, nur dann entsteht Vielfalt. Da ist kein Platz für Austausch, da ist kein Platz für Identitäten, die vielleicht ein bisschen fluider sind oder wo es irgendwie um, da ist Multikulti ein Schimpfwort in beiden Lagern. Und vielleicht ist da Platz nachher für eine Diskussion dazu, wenn nicht, ist das überhaupt auch kein Ding. Ich diskutiere auch gern zu anderem. Genau. Danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und fürs Interesse.